So, meine Damen und Herren, die Stunde ist gekommen, 11 Uhr, wo die Fachsession 2, jetzt kommt auch noch die Leute, die Glocke, also die Fachsession 2, in der wir uns jetzt gerade befinden oder die jetzt gerade beginnen soll, zum wunderschönen Thema Sourcing-Entscheidung in der öffentlichen Verwaltung. Sourcing ist ja so ein Kunstbegriff, der die verschiedenen Formen von wo man beschaffen kann, eigentlich bezeichnet. Klassisches betriebswirtschaftliches Problem, Make or Buy, soll ich es selber machen, soll ich es fremd beziehen oder irgendeine Mischform dort wählen. Hier gibt es in den letzten Jahren einige technologische Neuerungen, die das Spielfeld noch weiter aufmachen, insbesondere das Thema Cloud, eine Technologie erst einmal, mit der man eben verschiedene IT-Dienste erbringen kann, letztlich, und sie beziehen kann, möglichst unkompliziert, so das Versprechen, wie immer, ist im IT-Bereich auch Versprechen ein großes Thema, ob es dann gehalten wird, ein zweites, und wir werden drei verschiedene Aspekte beleuchten, rund um diese verschiedenen Thema des Multisourcing, ist eines Cloud-Beschaffung, ein anderes, Cloud-Services, um diese Sourcing-Thematik herum. Ich will gleich beginnen eben mit der ersten Referentin, die eben, ich würde fast sagen, ein Urgestein der Informatikrechtsszene, nicht nur in Bern, sondern auch der Schweiz, ist. Frau Ursula Wittmer hat eben seit den zweiten Hälften der 80er Jahren einen Lehrauftrag an dieser Universität, in der sie dieses Thema entwickelt. Seither, denke ich, hat sich etliche Dinge getan, auch das Informatikrecht hat sich weiterentwickelt, von einer vormals vielleicht etwas obskuren Disziplin zu einem wirklich ganz wichtigen Teilbereich des Rechts, der Rechtsprechung. Frau Dr. Wittmer ist nicht nur Lehrbeauftragte, sondern sie ist auch am Platze Bern sehr aktiv mit einer eigenen Anwaltskanzlei, Dr. Wittmer und Partner, kann also aus sowohl der praktischen Perspektive als auch aus der akademischen Perspektive einiges zu dieser Thematik beitragen und sie wird uns erzählen, welche rechtlichen Themen eigentlich hier bei der Beschaffung von Cloud-Services anstehen. Also, bitteschön. Danke, Thomas, für die nette Einführung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten Referat in diesem Blog rechtliche Themen bei der Beschaffung von Cloud-Services. Ich möchte Ihnen hier zuerst einen Überblick verschaffen, welche sind denn so die Trends im Bereich Cloud-Services, dann die gesetzlichen Rahmenbedingungen, was ist relevant für Bund und Kantone. Dann wollen wir auf einige, ja nicht alle, auf einige wesentliche rechtliche Themen fokussieren, nämlich die Zulässigkeit von IT-Auslagerungen, also kann man ins Aushort ziehen, kann man in die Cloud gehen, an Dritte und was läuft beispielsweise dann bei der Auftrags-Datenverarbeitung, was sind hier die Voraussetzungen. Dann ganz wesentlich, ich war vier Jahre lang Präsidentin der Information Security Society Switzerland, Thema war Datensicherheit und Datenschutz, also auch bei Ihren Ausschreibungen ist Datensicherheit ganz, ganz zwingend, auch im Hinblick auf die kommende neue Datenschutzgesetzgebung, wo Verletzungen der Datensicherheit und des Datenschutzes nicht mehr ein Gentleman-Delikt ist, sondern massive Sanktionen mit sich zieht. Einige Unternehmungen in der Schweiz werden dann auch der EU-Datenschutz-Grundverordnung unterstellt werden, die sehr ausführlich regelt, was passiert. Da gibt es dann Bußen bis vier Prozent des Konzernumsatzes, also das tut weh und die Schweizerische Datenschutzgesetzgebung wird das in großen Teilen auch dann entsprechend übernehmen. Dann zum Thema Geheimhaltung und Datenbekanntgabe ins Ausland und dann noch, wie können Sie einige dieser Aspekte dann erfolgreich umsetzen in Ihrer Ausschreibung betreffend Anforderungen an Cloud-Services. Jetzt zuerst so einige kleinere Trends, also Bundesbehörden, kantonale Behörden, Gemeinden, etwa auch Spitäler wollen eigentlich fast alle nur noch Services aus der Cloud beschaffen, möchten gerne, wagen Sie sich alle, aber viele Leute sagen mir, Frau Wittmer, das ist die letzte Beschaffung, die wir on-premise machen, wir bereiten uns schon vor für die nächste aus der Cloud. Also es ist nicht absehbar, dass dieser Trend nicht entsprechend weitergeht. Was soll beschafft werden? Office-Produkte, 365 in der Cloud, das ist ja in aller Munde, viele haben Office-Produkte. Matthias ist, glaube ich, nicht gerade im Saal, also nicht viele Open Source, sondern es geht insbesondere um die Bereiche auch der Office-Produkte. Geht das, geht das nicht, wenn ich öffentliche Verwaltung bin, ein öffentliches Spital beispielsweise. Dann ganz klar HR-Applikation, das ist etwas Unmögliches, wenn man das eigentlich noch selber macht und sich diese Software so etwas beschafft, weil das geht ja vom Talentmanagement zur Stellenbewerbung, Stellenportal, über Dossierverwaltung bis hin dann zur Unterstützung der Führungskräfte, Mitarbeiterbewertung und wer hat schon alle diese Ressourcen intern an Leuten oder an Geld, sich immer wieder diese Applikation, denke ich, ist ja auch an Zeiterfassungsverpflichtungen etwa, dass man das eigentlich noch on-premise hält und das sind die anbietenden Cloud, nehmen Sie beispielsweise SAP mit SuccessFactors, also ich mache hier nicht Werbung, es gibt noch viele andere Produkte, aber das sind Beispiele, die viele von Ihnen ja gleich in Ihren Kanton-Gemeindenbehörden auch evaluieren. Dann die ERP-Applikation, also wir hatten bereits vor etwa zweieinhalb Jahren die erste Krankenversicherung in der Schweiz, die sagte, Frau Wittmer, können wir datenschutzrechtlich ab in die Cloud, wir wollen raus, wir müssen raus, schon im Vergleich zum Wettbewerb, wir möchten gerne raus in die Cloud. Dann Thema von Herrn Krancher, den Sie dann hören werden, Multisourcing-Strategien, sei das on-premise, sei das eben auch in der Cloud bei Ausschreibungen ganz wesentlich, da geht es um Bereiche wie Netzwerkmonitoring, da geht es um Data Service Centers, Lösungen, Services, Security as a Service, wer kann hier schon ein Security Center aufbauen gegen Cyberattacken, dann fast zwingend, also braucht man Leute, die die Vorfälle analysieren. Also das sind alles Bereiche, wo Sie weder die Ressourcen haben, dasselbe aufzubauen, noch die Fachspezialisten für jeden von Ihnen, also braucht man hier Auslagerung und vieles wird eben auch über die Cloud angeboten. Dann ganz kleine Sachen, wo die Leute nicht mal wissen, dass sie in der Cloud sind, so Newsletters, Newsletter-Versende, also banale Sachen, aber für ein Spital beispielsweise relevant, darf ich denn meinen Newsletter-Versand über einen amerikanischen Anbieter, da gibt es einen Schimpanzi beispielsweise, ein ganz ordentliches Produkt, darf ich das machen, weil die E-Mail-Adressen meiner Kunden und Patienten sind dann plötzlich in Amerika, also geht sowas. Also das sind die Trends und das sind auch die Fragen, die Sie in der Praxis stellen, etwa auch Entwicklungsplattformen, Azure von Microsoft hat eine Passlösung oder Infrastruktur als a Service, also all die unterschiedlichen Cloud-Modelle, die Sie kennen, das sind Bereiche, die eigentlich heute fast jeder damit zu tun hat und natürlich nicht nur vertragsrechtlich, sondern auch vorgängig dann im beschäftigungsrechtlichen Sinn. So, wo sind nun die gesetzlichen Grundlagen, die Rahmenbedingungen zur Beschaffung von Cloud-Services, nehmen wir einmal den Bund, also wir erlauben uns oder leisten uns noch den Luxus in der Schweiz, dass wir unterschiedliche Ordnungen haben, Bund und Kanton und Gemeinden, sei das bei der Beschaffung, sei das beim Datenschutzrecht, sei das beim Datenschutzbeauftragten, da ist ein Föderalismus, der uns sehr viel Geld kostet und eigentlich uns nicht fit macht, denken Sie etwa an die Informationssicherheit, das gibt eigentlich keinen Grund, dass hier der Kanton was zur Informationssicherheit schreibt und man sollte das eigentlich die Ressourcen zusammenlegen, einen Text haben für sämtliche Bereiche, für sämtliche Anwendungen der Verwaltung und nicht jeder erfindet wieder dasselbe oder schreibt es dann in etwa dem anderen ab, aber nicht so ganz identisch, sondern nur so halb, man will etwas Eigenständiges machen und sich dann auch noch entsprechend legitimieren, dass man das eben macht. Also Sie sehen, ich bin ein völliger Gegner dieses Föderalismus, weil gerade im Bereich Informationssicherheit ist das natürlich fatal, sei das bei der Strafverfolgung, sei das im Bereich der Prävention, sei das in Dokumentation, also das wäre schön, man könnte das ein bisschen in eine einheitliche Ordnung bringen. Wir haben hier das Datenschutzgesetz der Schweiz in Revision, das wird sich für den Bund, nicht für die Kantone, da gibt es andere Gesetze, 26, die müsste man dann auch anpassen und wie ist der Fahrplan Datenschutzgesetzgebung? Der Fahrplan ist hier, das jetzt dann nach dem Vernehmlassungsentwurf kommt vom Bundesrat, die Botschaft Ende August oder etwa so Mitte September, sollte die da sein, das wird dann im Parlament beraten und wenn wir Glück haben, sind wir dann wahrscheinlich so in der Sommersession allenfalls in Kraft mit dem Gesetz und den Verordnungen, Verordnungen liegen im Dezember vor, für Sie ganz wesentlich, weil das gilt ja für Sie, das Datenschutzgesetz des Bundes, wenn Sie von der Bundesverwaltung sind, nicht, oder auch wenn Sie private Unternehmen sind, das hat ja einige, die private Unternehmen sind, für die Kantone müssen dann die kantonalen Gesetze angepasst werden und das ist eigentlich ein Abkupfen zu großen Bereichen der EU-Datenschutz- Grundverordnung. Also was ganz fantastisch ist, man hat EU-weit eine einzige Verordnung, die sämtliche Staaten nicht anlangen, sondern die gilt und zwar, die ist seit zwei Jahren in Kraft und gilt, muss umgesetzt sein mit dem 18. Mai des nächsten Jahres und die Schweiz hat jetzt vieles von dem abgeschrieben oder wird abschreiben, es wird dann im Parlament noch besprochen, was vielleicht ein bisschen partikular Schweiz sein wird, die Terminologie wird enden, die Strafen sind dann nicht so ganz so hoch wie in der EU, weil man ist ja eine Insel und das wäre für unsere Unternehmen nicht tragbar, dass man da wenige, gleich gestraftet wird wie in der EU, also wird es ein bisschen weniger sein, also da hat sich Ökonomisches und die anderen haben sich relativ stark getan, aber es wird eine neue Ordnung gelten, die betreffend Datensicherheit und Datenschutz weg von der Welt vom Gentleman's Delikt in die ganz ernsthafte Welt der Sanktionen kommt und das wird auch Sie als Verwaltung treffen oder private Unternehmungen und eben das Datenschutzrecht der Schweiz wird in vielen Bereichen identisch sein. Also kümmern Sie sich auch ein bisschen um die EU-Datenschutz-Grundverordnung, weil damit Sie dann das Schweizer Recht verstehen, müssen ein bisschen gucken, was die Ausländer machen. Ganz schöne Webseite bei Kranik, Kranik ist der bayerische Datenschutzbeauftragte, wer inhaltlich wissen möchte, wie man Sachen umsetzt, bitte dort einfach sehen, die haben ganz ganz tolle Anweisungen, gilt etwa auch für die Verwaltung hier, wenn man ein bisschen compliant sein sollte, kann man auch mal über die Grenzen schauen und sich inspirieren lassen, wie das viele im Bereich der Sicherheit schon beim Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie, den BSI auch machen. Dann, wenn wir von Sicherheit sprechen, haben wir natürlich zu berücksichtigen im Rahmen der Ausschreibung auch von Cloud-Services die Bundesinformatik-Verordnung, dann haben wir bereichspezifische Regelungen, also etwas als Personalrecht, wenn jetzt die Bundesverwaltung sagt, wir hätten gerne SAP Success Facts in der Cloud, da haben Sie das Rechenzentrum von St. Leutron, wo dann die Daten der Bundesverwaltung gewähren, in St. Leutron, für die Zeitentfassung, SAP hat Concur aufgekauft, wären dann die Daten in Paris, ja geht das überhaupt, also hat man hier datenschutzrechtliche Regelungen, könnte man das machen. Es geht dann aus anderen Gründen nicht, eine spätere Folie, weil wir haben die Kompetenz, das ist BIT, natürlich dort die Verpflichtung hat, die Personaldaten der Bundesverwaltung zu verwalten. Also geht das schon mal, aus einer gesetzlichen Vorgabe nicht. Sonst würde es eigentlich problemlos gehen. Also wenn man das möchte, muss man umbauen und sagen, man endet hier entsprechend diese gesetzlichen Grundlagen. Dann bereichspezifische Regelungen, Gesundheitsrecht, Humanforschungsgesetz, jede Universitätsklinik öffentlich-rechtlich, also Verwaltung, macht Forschung und im Rahmen der Forschung gibt es natürlich unendlich viele E-Mails auch über forschungsrelevante Daten und das wird heißen, hier ist Datenschutz auch extrem relevant, nicht? Und das wäre dann dort geregelt. Also das heißt, es braucht Verschlüsselung, es braucht Anonymisierung und das, wenn man Dienste aus der Cloud bezieht, schon nur Office 365, E-Mails, Informationen über bestimmte Daten, ja sollen wir nun die Daten von der Frau Regula Ritz, sollen wir die wirklich verschlüsseln oder nicht? Dann wäre das schon Information, aha, die Frau Regula Ritz hat ihren genetischen Code im Rahmen einer Forschung, hat sie die Universitätsklinik Bern zur Verfügung gestellt. Das sind Sachen, die wir dann lieber nicht in der Presse erfahren möchten. Also deshalb haben wir hier auch Bereiche, wenn wir denn etwa so einen Outsourcing-Dienst, einen Cloud-Dienst berücksichtigen, zu gewährleisten. Dann ganz klar die Geheimhaltungspflichten, da gibt es vier von denen, die zu berücksichtigen sind beruflichen Geschweigepflichten nach Datenschutzgesetz, das Amtsgeheimnis, die die Ämter zu berücksichtigen haben, dann das Berufsgeheimnis beispielsweise der Ärzte, dem öffentlichen Spital und die Sozialversicherer. Den Sozialversicherern werden auch unterstellt in dem Bereich die privaten Versicherer, die dem KVG unterstellt sind. Also auch für die gelten die Verpflichtungen im Bereich Sicherheit, die man dann überbürden muss im Rahmen der Ausschreibung. Dann haben wir die Kantone, dort haben wir die kantonalen Datenschutzgesetze. Dann haben wir betreffend Sicherheit etwa in den Kantonen, haben wir einzelne Sachen wie in Luzern die Informatikgesetz des Kantons Luzern oder Basel Land, etwa die Verordnung mit der Informatik. Und da müssen Sie nun in 26 Kantonen nachsehen, wo denn in allen Fällen etwas Relevantes wäre, wenn Sie in die Cloud gehen und die Cloud ausschreiben. Also das wäre zu berücksichtigen. Also nicht einheitlich, sondern jeder macht es halt ein bisschen anders. Gut, dann haben wir kantonale, bereichspezifische Regelungen, auch wieder im Personalrecht und im Gesundheitsrecht. Das gilt für Gesundheitsfachpersonen, das gilt für Spitäler als Beispiel und eben die erwähnten beiden Geheimnisse. Nun stellt sich die Frage, dürfen Sie überhaupt auslagern in die Cloud? Also ist das zulässig? Das ist die Grundfrage, die man sich stellen sollte. Und das sollte man sich zuerst stellen, bevor man ausschreibt. Das ist dann peinlich, wenn man eine Ausschreibung annullieren muss, weil man plötzlich feststellt, man ist gar nicht legitimiert auszuschreiben. Und da kann man sagen, die Nutzung von Cloud-Services kann verboten sein. Und da müssen Sie dann jetzt in Ihren Grundlagen, die wir gerade betrachtet haben, nachforschen, kann verboten sein wegen einem expliziten Verbot. Also beispielsweise der Thurgau hat sowas Nettes. Dort gibt es ein Reglement des Regierungsrates über den Einsatz der Informatik. Und der hat einen Grundsatz, das ist Heimatschutz, Verwendung fremder Hardware und Software untersagt. Jetzt hat aber ein Cloud-Service-Anbieter, hat fremde Hardware und Software, die zur Verfügung stellt. Jetzt gibt es eine kleine Ausnahme. Es wäre möglich, dass man in die Cloud geht, weil es dann dann Fremde hat und Software ist, aber nur, wenn man das Einverständnis des Amtes für Informatik hat. Also muss der Leiter des Amtes für Informatik damit einverstanden sein und muss dann sagen, okay, verliere ich meine Stelle oder nicht. Wenn ich in die Cloud gehe, dann könnte man mich ja wegrationalisieren. Ich will das dem Thurgau nicht unterstellen, aber es sind dann so emotionale Komponenten, die da mit reinkommen. Und diese Heimatschutzbestimmungen müsste man eigentlich über die Wuppe werfen. Das müsste man unbedingt ändern. So, dann, es gibt andere Gründe, dass man nicht auslagert. Also der Geheimdienst wird wohl die Daten nicht auslagert. Das ist ja verständlich, aber jetzt beim Spital ist das völlig unklar, weshalb man das so haben möchte. Da stellt sich die Frage auch ein anderer Kanton. Wenn ein Rechenzentrum, der man ein Kanton ist, ist es auch fremde Hardware und Software. Das wäre dann auch betroffen. So, dann hat man gesetzliche Festlegung von technischen Betreibern des Systems. Das ist das Beispiel auch verboten. Also da steht, das BIT ist als technischer Betreiber der wesentlichen zentralen Systeme, habe ich eben erwähnt, betreffend Daten des Bundespersonal der einzig Zuständige. Also kann die Bundesverwaltung nie in die SAP SuccessFactors Cloud gehen? Geht einfach nicht. Sonst muss man da was ändern. Also eine Kompetenz des BIT. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das ist wie der Politik. Das hat mit Recht wenig zu tun. Man kann schreiben, was man will, aber das hat man politisch mal so entschieden. Gut, also. Und wenn man nun auslagert und ausschreibt für die Cloud und man stellt daneben nachträglich fest, dass es nicht erlaubt wäre, ist das peinlich. Sie müssen die Ausschreibung wieder rufen. Also bitte prüfen Sie Ihre gesetzlichen Grundlagen, ob Sie überhaupt dürfen oder nicht. Dann Auftragsdatenverarbeitung. Wenn wir jetzt drin sind in der Cloud und ausschreiben wollen, da haben wir entsprechend sogenannte Auftragsdatenverarbeitung, auch nach neuem Recht ist es denn so. Und da haben Sie die Grundlage im alten Recht. Da sagt man also, jawohl, das darf man, wenn man mit einer Vereinbarung oder wenn das Gesetzesetz autorisiert, dass man überträgt die Daten zur Verarbeitung. Und man darf aber als Auftragsdatenverarbeiter das nur so bearbeiten, wie das der Auftraggeber selber dürfte. Im neuen Recht heißt es dann der Verantwortliche. Derjenige, der die Daten zu verantworten hat und die Person zu schützen hat, beispielsweise im Datenschutzrecht vor Verletzungen durch die Datenbearbeitung, das ist der Verantwortliche und der lagert dann aus beim Cloud-Service an den Auftragsdatenverarbeiter, eben den Cloud-Service-Provider. Und da muss sich nun der Auftraggeber sich vergewissen, dass der Dritte die Datensicherheit gewährleistet. So, das ist das alte Recht. Gucken wir mal, was das neue Recht kommt. Das ist der Vernehmlassungsentwurf. Das ist in etwa das Gleiche, etwa ein bisschen umformuliert, aber identisch. Jetzt kommt aber was Neues dazu, Absatz 3. Der Auftragsbearbeiter, das ist also der Cloud-Service-Provider jetzt in unserem Fall, darf die Bearbeitung nur mit vorgängiger geschriftlicher Zustimmung des Verantwortlichen einem anderen Auftragsbearbeiter übertragen. Aha, jetzt hat man gelernt. Jetzt hat man gelernt, EU sagt, liebe Leute, das ist abgekupfert von der EU-Datenschutz-Grundverordnung, es kann ja sein, dass euer Anbieter nur ein Broker ist von Cloud-Services, aber dann sein Subunternehmer eigentlich das Data-Service-Center hat. Und da steht dann vielleicht eben nicht in Wetzikon und vielleicht nicht in Zollikoffen oder im Bankdorf. Da steht dann vielleicht anderswo, in Paris, in Polen, in Amerika beispielsweise. Also das sind Bereiche, eine typische Konstellation heute im HR-Bereich, wegen Beizug von Unternehmen. Es gibt in Österreich Leute, die Assessments machen und zwar Führungskräfteberatung, Kader, Verwaltung, Kader, Privatunternehmen. Und die lassen diese Kader-Leute beurteilen durch ihre Mitarbeitenden. Sie kennen diese 360-Grad-Geschichten durch ihre Mitarbeitenden. Und da wird vielleicht dann mein Nachreferent noch etwas dazu sagen. Und die Mitarbeitenden, die die Führungskraft beurteilen, damit diese sich dann verbessern kann, die geben ihre Daten auf eine Webseite ein, die zu einem Subunternehmen dieses Österreiches gehört und das ist in Amerika. Also gibt man nun die Bewertung der Führungskraft, gibt man in Amerika auf den Webserver. Die Amerikaner machen ein Assessment drauf, liefern das dann irgendwo nach Deutschland und die Deutschen machen dann einen wunderschönen Report. Das geht zum österreichischen Berater, der dann die Führungskraft beraten tut, wie er nun seine Fähigkeiten, die vielleicht nicht zu 100% ideal sind, verbessern könnte, damit seine Mitarbeitenden oder seine Kunden oder die Lieferanten zufrieden sind. Also das ist ein ganz normales HR-Problem. Und da muss man halt fragen, wo sitzen diese Subunternehmer und wo sind die Server, wo sind die Standorte. Also das ist ein Bereich, der jetzt reingekommen ist und das gibt Ihnen Arbeit. Sie können nicht mehr blaublütig ausschreiben, Sie müssen sich doch ein bisschen erkundigen, wer was eigentlich anbietet im Hintergrund Ihres Primärlieferanten und halt nachfragen. Also das ist etwas, was Sie unbedingt machen müssen. So, dann haben wir gesetzliche Grundlagen, so Kantone, mal Bern, da sind wir ja gerade, oder dann die Baselstädter. Und da hat die Berner, haben so etwas Ähnliches wie der Bund geregelt. Die Baselstädter sagen, es ist auch nicht so verboten und sagen aber dann wieder sehr schön, derjenige, der es herausgibt, der Verantwortliche bleibt im Umgang mit Informationen nach diesem Gesetz verantwortlich. Das ist sehr schön formuliert. Also er bleibt verantwortlich für den Persönlichkeitsschutz, der allenfalls verletzt wird durch den Dritten, nämlich durch den Cloud-Service-Provider. So, was heißt nun, jetzt muss man mit dem Cloud-Service-Provider ein bisschen Gespräche führen und dann muss man einen Vertrag vorgeben. Und das heißt, jetzt muss die Behörde, allenfalls dann schon sind sie später auf einer Folie, als Eignungskriterium halt diesen Vertrag mit dem Auftragsdatenverarbeiter noch zulegen. Das hat sich bewährt. Wenn ein Eignungskriterium ein Vertrag ist, Sie schlafen es da zu Beginn ein bisschen schlecht, weil Sie nicht wissen, ob noch Leute anbieten, aber wenn Sie es einmal erprobt haben, dann sagen Sie doch, es gibt noch Leute, die anbieten und dann müssen Sie diesen Vertrag dann nachträglich nicht mehr verhandeln, weil sonst wird das ein bisschen mühsam. Gut, also das hat man da drin, da sieht man beispielsweise, dass die Behörde bleibt, wie wir gesehen haben, verantwortlich, deshalb gibt sie nun ihre Pflichten, bürdet sie über dem Service-Provider und was sind diese wesentlichen Vertragspunkte? Also einmal Sicherstellung der Datenschutzgrundsätze, die sollten Sie eigentlich aus dem FF alle kennen, die hier drin sitzen, weil Sie haben ja alle mit Datenverarbeitung zu tun. Und da sehen Sie, da müssen Sie einmal festlegen, welche Daten werden wie verarbeitet, also Sie müssen die Daten kategorisieren, was geben Sie überhaupt raus, was könnte da mit rausgehen. Dann die Verwendung der Daten, zu welchem Zweck. Also ist es okay, dass ein Sysadmin dann sprechend reinschaut, jawohl dann schon, des Service-Providers, aber geht es, dass er die Log-Files, denken Sie an die Großanbieter, die Log-Files zur Auswertung gleich noch nach Amerika schickt, um zu sehen, ob da irgendwas Irreguläres betreffend Zugriff erfolgt ist. Ja, wollen wir beim Universitätsspital, dass die Log-Files nach Amerika gehen, wo man allenfalls feststellt, dass Arzt X oder Patient Y da entsprechend noch im Zusammenhang mit einer Befundung dann da noch jemand Drittes zugegriffen hätte, nicht? Und plötzlich ist ein Name draußen und dann haben wir das Problem der personifizierten Daten. Dann Pflicht zur Ausübung bei der Ausübung von rechenden betroffenen Personen. Die Informationspflichten werden neu extrem scharf geregelt werden im Datenschutzgesetz, auch in der EDU. Also da müssen Sie jederzeit sofort Auskunft geben. Also diese Prozesse der Kommunikation. Wo sind meine Daten? Wer bearbeitet sie? Dann müssen Sie vom Auftragsprovider Ihre Verpflichtung weitergeben und sagen, lieber Junge, du gibst mir nun eine Information innert zwölf Stunden. Ich will nun wissen, wo liegen die Daten von meinem Patienten, weil der hat Löschung verlangt nach dem neuen Datenschutzrecht. Wo sind diese Daten? Hast du sie gelöscht? Hast du noch Log-Files drüber? Müssen die löschen? Hast du eine Backup-Kopie irgendwo? Das müssen wir dann auch entsprechend löschen. Also das sind Bereiche, die sind nicht mehr lässig wie heute, sondern das wird, wenn Sie das nicht rechtzeitig machen, gibt es Strafen. Oder beispielsweise beim Data Breach, wenn etwas passiert ist, ein Hacking, dann haben Sie in der EU 72 Stunden Zeit für den Betroffenen, die Betroffenen, wenn das dann 100.000 sind, nicht so nett, oder die Aufsichtsbehörde entsprechend zu informieren. Also das wird ernsthaft. Gut, dann sind die Zugriffsrechte eben auch zu regeln und zwar explizit. Wir haben gerade einen Fall, wo die Zugriffsrechte nicht gewährleistet worden sind. Da haben nämlich der Provider, der hat bestimmte Mitarbeitende genannt. Sie sagen dann, das geht doch nicht, der Provider hat wechselnde Mitarbeiter. Das wollte aber in bestimmten Fall, wollte man genau wissen, wer Zugriff hat vom bestehenden Personal mit Mutationslisten. Und dann hat man festgestellt, dass eben andere zugegriffen haben und jetzt wird die Konditionalstrafe fällig. Und das tut weh. Und nur dadurch, durch eine vereinbarte Konditionalstrafe, wird sich nun der Provider an diese Voraussetzung halten. Sonst sagt er sich, ja, was mir nicht weh tut, muss ich eigentlich nicht einhalten. Gut, Pflicht zur Geheimhaltung eine Selbstverständlichkeit. Dann Datensicherheit. Also dort ist überall zwingend, dass die angemessenen technischen Voraussetzungen eingehalten werden. Und was gehört dazu? Dazu gehört auch, dass sie Pentests verlangen, dass die auch gemacht werden. Wir haben heute bereits schon im elektronischen Patientendossier beispielsweise die gesetzliche Vorlage, dass dazu gehört. Odits gehören dazu. Also das sind nicht Sachen, die Sie sich dann im Nachhinein im Betriebshandbuch vielleicht noch zusammen mit dem Provider überlegen. Und der Provider sagt dann, ja, das ist ja zu teuer. Sondern das gehört in die Ausschreibung und solche Sachen, was Sie verlangen. Dann Kontrolle. Ganz spannend, etwa die Regelung des Beizugs von Subunternehmen. Da braucht das Verfahren, die Information, Genehmigung, Überbindung der Vertragspflichten. Also Sie müssen nicht nur wissen, wen. Sie hätten sich auch gerne vorlegen lassen, wie denn vertraglich diese Subunternehmen eingebunden sind. Weil da haben Sie ja vielleicht einen Datenexport ins Ausland. Also müssen Sie dort wieder Vorgaben machen, auch datenschutzrechtlicher Art, die gewährleistet werden. Dann haben wir den Bereich der Festlegung der Serverstandorte. Das ist mit großen Anbietern eigentlich kein Problem. Das erfahren Sie sofort. Nehmen Sie aber einen großen Schweizer Anbieter. Ich möchte den Namen nicht wissen, nicht nennen hier. Der tut sich richtig schwer zu sagen, wo denn bestimmte Verarbeitungen stattfinden. Ob Sie hier oder dort oder dort. Bis Sie das erfahren. Da kriegen Sie den Zustand, nicht? Also wirklich. Also das ist unglaublich, nicht? Also das, was heute die internationalen Problemlos transparent offenlegen, haben wir gerade beim Standort Schweiz doch noch einige Probleme. Können Sie aber verlangen, nicht? In der Regel haben Sie irgendwelche kantonalen AGBs, wo Sie etwas finden. Nicht direkt Serverstandort-Mitteilungspflicht, aber Sie haben ein ODIT-Recht. Sie haben ein ODIT-Recht, also ODIT-Recht vor Ort. Also heißt also ODIT-Recht vor Ort, Sie müssen doch irgendwo hingehen können. Und wenn Sie nicht mal wissen, wohin Sie gehen sollen, nicht? Ist das ein bisschen fahrlässig, wenn Sie das nicht verlangen. Also boxen Sie das durch und verlangen Sie ein bisschen mehr Transparenz in diesem Bereich. Dann ganz, ganz zentral die Notifikationspflicht. Da müssen Sie jetzt besser ausschreiben als bisher. Sie müssen verlangen, in der wieviel Zeit der Subunternehmer, der Sub-Subunternehmer und der Provider, auch bei Cloud-Services, in die Information, dass ein Hacking hatte, das gebetet wurde, dass da entsprechend etwas gegangen ist. Dann Sicherstellung der Zugriffs- und Zugriffs- und Aufsichtsbehörden. Da hat beispielsweise Luzern im Informatikgesetz etwas, die bei den anderen von mir erwähnten Kantonen, ich gebe nur Beispiele, haben nicht alle aufgeführt, haben das in der allgemeinen Geschäftsbedingung, nicht? Also da sind auch dann noch unterschiedliche Gefäße, die Sie zuerst mal finden müssen, um zu wissen, was da gilt. So, dann im Bereich AGBs. Wir haben gerade von diesen AGBs gesprochen. Da gibt es teilweise, Achtung im Rahmen der Ausschreibung, noch spezifische zusätzliche Pflichten, Kanton Zürich etwa. Und Zürcher sind immer relativ gut, die beschaffen so viel, die machen auch sehr viel als Vorlaufarbeiten. Da haben wir beispielsweise auch den Bereich, dass die Speicherung und Archivierung von Daten nur mit schriftlicher Genehmigung des öffentlichen Organs außerhalb der Schweiz möglich ist. Also Sie sehen es vor, schon schlau. Aber wenn, dann braucht der Zuständige, der Verantwortliche nach neuem Recht, braucht hier die schriftliche Einwilligung. Und welcher Kanton hat das sonst? Zusatzbedingungen für Cloud Computing, nicht? Auch wenn es vielleicht normal ist, was Sie hier versagen, aber die haben etwas. Und die anderen Kantone haben vielleicht einiges von dem noch nicht. Also die Bärmerke auch nicht so schlecht, durchaus ähnlich, aber eben im Bereich Cloud Computing haben Sie nichts getextet. So, das wäre vielleicht noch etwas für die SC-Card, dass man das Wissen harmonisieren könnte. Wo sitzt denn Greg? Er sitzt hier. Jawohl, genau, das wäre doch noch etwas. Gut, dann Datensicherheit. Also Bund sagt etwas, technische Untersuchungen gegen unbefugtes Bearbeiten. Also das heißt, es geht nicht, dass unbefugte Dritte reinkommen. Es geht aber auch nicht, dass man ihnen Zugang gewährt oder dass entsprechend Sachen liegen gelassen werden, die unverschlüsselt sind, nicht? Also das Ihre Handys, wo Sie Zugang haben zu. Also haben Sie Sandboxes, Zeug verschlüsselt. Also das sind alles Sachen, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Bärm durchhatte etwas Ähnliches, geht ein bisschen weiter und sagt, was dazu gehört. Vertraulichkeit, Verfügbarkeit. Also auch die Aufrechterhaltung der Tauglichkeit eines Systems, der Verfügbarkeit muss gewährleistet sein. Und jetzt lassen Sie sich aber bitte im Cloud Computing nicht 98 Prozent aufs Auge drücken. Rechnen Sie dann bitte. Das ist unzureichend für bestimmte Bereiche. Also wenn und denken Sie in der Ausschreibung dran. Wenn Sie es nicht haben, ist es durch. Also Sie müssen schon vorher rechnen und das verlangen und bitte Penalen rechnen. Also ein Malungssystem, der hört ja immer, im Cloud Computing wird angehängt an diese Services, nennen Sie den Software-Level-Regrams oder SLAs. Und wenn Sie da nicht jetzt schon die Penalen rechnen, dann haben Sie ein Problem. Dann kommt der andere und sagt, ja, liebe Leute, ich habe das in der Ausschreibung nicht verlangt. Wenn Sie es von uns in der Penale gehen hätten, dann wird das Projekt teuer, weil das haben wir nicht mit ein Kalkuliker bei der Offerte. Also bitte an, auch Datensicherheit rechtzeitig, da gehört die Verfügbarkeit zu. Diese 98 oder 99,7 Prozent oder was Sie dann haben wollen für Ihre Applikation, müssen Sie mit reintun. Gut, dann haben wir einen Kanton, Basel, also als Beispiel, das ist etwa ähnlich. Jetzt zur Datensicherheit gibt es auf Bundesebene die Verordnung, da sehen Sie ein bisschen, was alles darunter gemeint ist. Das wird um einiges spezifischer werden jetzt in der neuen Gesetzgebung, weil die Datenschutzgrundverordnung Europas doch ein bisschen weiter geht. Und da diese Maßnahmen, gehört dann eben Pen-Test, Verschlüsselung und die Schlüssel beim Cloud-Service-Anbieter müssen nicht bei ihm sein, sondern der Schlüssel muss bei Ihnen sein, nicht auch eine Selbstverständlichkeit. Also solche Sachen sollten Sie bitte regeln bei der Ausschreibung. Dann kommen die Geheimhaltungspflichten. Sie haben diese gesehen, haben wir anfänglich erwähnt. Und wichtig ist, dass diese, wenn verletzt, der Strafe unterstehen. Und das tut dann weh, das ist dann Gefängnis. Ausnahme, Ausnahme, dann nicht mit der Strafe bewährt. Das heißt, Einwilligung der betroffenen Person in der Regel braucht es, damit man nicht bestraft wird, wenn man ein Geheimnis offenlegt. Also Medizinaldaten eine Uniklinik in die Cloud tut, in eine Office 365-Umgehung beispielsweise. Ausnahme, die Offenbarung an Hilfspersonen, jetzt wird ein bisschen juristische Terminologie, eine Hilfsperson ist jetzt eben ein Cloud-Service-Provider, ist zulässig. Wenn das zulässig ist, dann müssen wir das sehen, haben wir eine gesetzliche Grundlage. Gibt es Kantone, gibt es der Bund, der sagt jawohl, man kann Hilfspersonen beiziehen für die Auftragsdatenverarbeitung. Und wenn man das kann, dann ist es eigentlich zulässig. Aber nur jetzt das Strafrecht für diese Geheimnisse, also Arztgeheimnis beispielsweise unter dem Berufsgeheimnis, eine Arzt ist eine Uniklinik, aber nur dann, wenn das Spital in die Cloud geht in der Schweiz. Weil man geht davon aus, dass das Strafrecht, ein ganz einfacher Grund, im Ausland nicht vollstreckt werden kann, das schweizerische Strafrecht. Und wenn jetzt der ausländische Cloud-Anbieter eben eine dieser Verpflichtungen, die wir gesehen haben, verletzen würde, kann man ihn nicht sanktionieren, weil das Strafrecht im Ausland nicht anwendbar ist. Das ist der einzige Grund, weshalb man im Medizinalbereich noch nicht ins Ausland kann. Und jetzt müsste man eigentlich hier entsprechend das Strafgesetz anpassen und sagen, man kann ins Ausland, man muss halt vertraglich das vorsehen, ist nicht mehr strafbewehrt. Und zurzeit sind unsere Spitäle eben ein bisschen Problem. Und das geht auch mit Office 365. Ein E-Mail im Spitalbereich, wenn da einmal nur eine personenbezogene Nennung eines Patienten erfolgt, dann ist es eben nicht strafbewehrt. Dann hat man dieses Problem. Gut, das ist die Geheimhaltungsverpflichtung. Sie sehen dann hier noch auch im Sozialversicherungsbereich, dass das entsprechend Sink-Activity, aha, das ist immer ganz wesentlich, tankiert uns aber weniger, das sehe ich nur hier auf meinem Bildschirm. Top Secret, kommt dicht rein. In jedem Fall notwendig, Sie brauchen immer die vertragliche Verpflichtung zur Geheimhaltung und Sie brauchen die Anforderung Security. Und es gibt große Anbieter, die das exzellent machen. Und suchen Sie nicht alles selber zusammen auf deren Webseiten, sondern verlangen Sie sich den Auszug des Relevanten. Dann haben wir die Datenbekanntgabe ins Ausland. Ausland, Sie sehen, wir haben kein Problem in diesen linken Ländern. Ausland ist EU, weil dort ist der Datenschutz gleichwertig, wenn wir zum Cloud Service Provider gehen wie in der Schweiz. Wenn wir nach USA gehen, muss die Firma dem Privacy Shield unterstellt sein. Wenn sie nicht unterstellt ist, braucht sie eine vertragliche Vereinbarung. Da kann man auch abschreiben. Das gibt es die EU-Standard-Vertragsklauseln, die man abschreiben kann. Und alle übrigen Länder darf man nicht. Da muss man einen Vertrag machen, weil dort kein angemessenes datenschutzrechtliches Niveau ist. Das wird auch wieder geregelt im Datenschutzgesetz. Als Beispiel können Sie nachlesen, diejenigen des Kantons Bern. So, und jetzt, wie schreiben Sie das um? Wie setzen Sie das um in der Ausschreibung, beispielsweise als Eignungskriterien? Sie verlangen zuerst einmal das Cloud-Modell, was Sie wollen, damit Sie wissen, wollen Sie eine Private Cloud, wollen Sie eine Public Cloud? Public Cloud, beispielsweise Swiss-Tourpoint von damals. Wollen Sie die Serverstandorte? Wo wollen Sie die? Tun Sie in den Ausschreibungen rein. Wollen Sie weltweit? Wollen Sie im EU-Bereich? Wollen Sie das national? Dann verlangen Sie Zertifizierungen, auch wenn die nicht immer sehr viel bedeuten, aber Zertifizierungen beispielsweise für Cloud-Service-Provider braucht jetzt 27001 und dann können Sie sich die Cloud-Service-Provider auch der Best Practice von 27018 unterstellen. Das ist nicht eine Zertifizierung, diese zweite. Aber Sie können sich unterstellen, dass es sich an beispielsweise rascher Information bei Sperrung, bei Auskunft eines Betroffenen auch entsprechend diese Maßnahmen intern ergreifen. Sie haben hier dann entsprechenden Auszug aus ISO 27018, damit Sie dasselbe nachlesen können. Also zusammenfassend, Sie müssen verlangen in der Eignungskriterien den Nachweis der Zertifizierung Privacy Shield, wenn Sie einen US-Anbieter haben. Also verlangen Sie das als Nachweis. Sonst haben Sie es nicht, sonst können Sie es nicht bewerten und dann haben Sie ein Problem. Den Nachweis der Vereinbarung von hinreichenden vertraglichen Datenschutzgarantien durch Anbieter, gerade auch mit Superunternehmen, müssen Sie verlangen als Nachweis. Und die Anerkennung, eine Selbstverständlichkeit von einem Vereinbarungsentwurf für die Auftragsdatenverarbeitung, von den AGBs, die Sie haben und dann als weiterer Bereich, damit Sie das überhaupt in Betracht ziehen können, Cloud-Services zu beziehen, kategorieren Sie Ihre Daten. Also welche Daten haben Sie, beurteilen Sie die Risiken, Einsichtnahme durch Unbegrüfte, habe ich die, habe ich die nicht. Welche Anforderungen stellen Sie daraus an, auch in den Eignungskriterien, das ist immer am einfachsten, dann ist die Sache gegessen und man muss es nicht bewerten. Dann die vertragliche Einbindung des Lieferanten zur Sicherstellung von Datenschutzverkehr und Geheimhaltung. Und für die Sicherheit ziehen Sie Fachleute bei. Also gerade im Bereich Sicherheit ist es heute so komplex geworden, das schaffen Sie nicht mehr alleine. Auch die CISO, die Sie haben, das ist zwar gut, aber das kann ich alles abdecken. Das kann ich Netzwerkspezialist sein im Bereich Sicherheit und gleichzeitig im Bereich Cloud-Computing. Also holen Sie die CISOs und ein bisschen Eigenwerbung, holen Sie auch den richtigen Fachjuristen, damit er Sie mitberaten kann. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Ursula, für diesen sehr inhaltsschweren, denke ich, Vortrag, sodass wir vielleicht ein bisschen erstmal das sacken lassen müssen. Aufgrund der Zeit will ich aber dennoch fragen, gibt es eine ganz dringende Frage? Jetzt gerade? Keine? Gut, doch eine. Wie lässt sich das Festlegen der Serverstandorte mit den WTO-Regulierungen in Einklang bringen? Diese Diskussion gab es ja auch schon. Ja, aber das geht wirklich einfach nicht, weil Serverstandort brauchen Sie ja als Information zur Wahrung von gesetzlichen Pflichten. Also Sie schränken ja nicht ein, dass Sie sagen, ich will keine Ausländer. Aber Sie wollen beispielsweise Serverstandorte nur Europa oder nur Schweiz im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben. Und wenn Sie jetzt in einem Kanton, Turgau-Beispiel, wenn dort steht Serverstandort respektive Hardware ist die eigene, dann kommt natürlich nur ein Serverstandort im Kanton selber in Frage. Also das geht. Okay, danke.